Einen wunderschönen guten Buongiorno und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Duplo Review. Und zwar die 10976, das Lebkuchenhaus mit Santa. Originalpreis 34,99 Euro, so im typischen Straßenpreis 23 Euro. Bevor wir mit dem Review anfangen, gerne ein Abo dalassen, damit ihr kein Review mehr verpasst. Und auch keinen Livestream mehr verpasst. Und ja, ich würde sagen, wir packen jetzt mal aus und gucken, was in dem Set drin ist. So, und während Willi fleißig trinkt, gucken wir mal, was in dem Set drin ist, was jetzt vor uns steht. Und zwar natürlich einmal der Santa, eine große Duplo-Figur mit den üblichen Funktionen. Kann die Arme bewegen, kann den Kopf bewegen und kann sich hinsetzen. Er bringt auch noch einen kleinen Sack mit für die Geschenke. Den wiederum finde ich ein bisschen unglücklich designt, weil der lässt sich nirgendwo anfassen. Also es ist kein Griff dran. Ja, also wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er mit dabei. So, dann natürlich gibt es noch zwei Kinder. Und zwar einmal ein Mädchen mit einer hübschen Halskette. Und auch hier wieder typischen Funktionen. Wobei ich das immer noch nicht so ganz verstanden habe, ist, dass bei den kleinen Duglo-Figuren die Arme so mitschwingen. Kopfdrehbar und kann sich hinsetzen. Ein zweites Kind ist auch mit dabei. Und das ist dieser kleine Junge hier mit Bommelmütze, die ich total super finde. Und ein Rentier vorne drauf auf seinem Pullover. So, und ja, und natürlich das Haus. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Der kleine Willi ist ein bisschen aufgeregt und versucht hier meine Kamera mir wegzureißen. Ja, siehst du, da geht es nämlich schon los. So, dann gibt es noch einen Weihnachtsbaum, einen kleinen Tannenbaum, den man auch, wenn man möchte, noch verkleinern kann. Den man einfach die Spitze abbaut und hinstellt. Willi macht derweil die übliche Geschmacksprobe. So, dann gibt es noch eine Handvoll Geschenke. So, und zwar einmal den Teddybären, dann ein Geschenk, ein großes Geschenk in Korall. Das ist ein großer Duglo-Stein, zweimal zwei Stein. Dann gibt es noch zwei kleinere. Einmal in blau. Und einmal in gelb. So, dann ist in diesem Set noch dabei ein, äh, so, ein kleiner Hocker, der eigentlich einen Tisch darstellen soll mit einer großen Teekanne. Dazu gemütliches Weihnachtsgebäck auf einem Teller. Das ist nur ein Print, ne, also jetzt nicht irritieren lassen. Und mein persönlicher Favorit aus diesem Set, eine Duplo-Tasse mit einer Eisenbahn drauf. Die passt natürlich, selbstverständlich, passt die in Santa's Hand hinein, dass er da schön gemütlich einen Tee trinken kann. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Haus, dem Lebkuchenhaus. Das ist dieses hier. Zeigen wir mal von außen nochmal. So, ähm, selbstverständlich, wie bei Duplo üblich, alles bedruckt. Ähm, ein Fenster unten zum Öffnen. Ein Fenster oben zum Öffnen. Und auch hier, wie schon gesagt, sehr schöne Drucke. Ich finde übrigens, ähm, also unter all den Drucken finde ich tatsächlich diesen hier, äh, am interessantesten, weil das ist der, äh, der Schornstein. Da kann man es erkennen. Und da ist so eine kleine, äh, so eine kleine Schneewehe so aufgedruckt. Finde ich ganz niedlich. So, auf der Rückseite tatsächlich gar nicht so viel los. Ähm, muss man dann wahrscheinlich selbst mit, äh, Lehm, upala, mit Lehm befüllen. Ähm, hier unten ist ein, ähm, gelber, transparenter Duplo-Stein drin. Warum der ausgerechnet gelb ist, habe ich keine Ahnung. Weil es soll, ja, wahrscheinlich, äh, wenn man, ach Mensch, so. Wenn man von der Seite guckt, soll es ja, äh, den Kamin darstellen. Und ich denke mal, irgendwie ein rot-transparenter hätte irgendwie mehr Sinn gemacht. Aber gut, er ist gelb-transparent und der ist da. So, ansonsten, wie schon gesagt, im Innenleben irgendwie nicht allzu viel los. Aber, das lässt sich ja ändern, indem man hier die Kinder positioniert. Äh, oder auch nicht. Na gut, so, setzen wir Dich mal ans Fenster. Komm her. So, und die dann schon mal einen Blick auf die Geschenke werfen, die der Nikolaus in seinem Lebkuchenhaus so für sie gehamstert hat. Upsala. So, der müsste doch eigentlich da drauf passen. Ach so, okay, er braucht zwei Noppen, dass er passt. So, ähm, ja, niedliches, kleines Weihnachts-Winter-Set, wie ich finde. Ähm, ja, genau. Und mehr gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen, ne? Also, jetzt habt ihr es mal gesehen. Ähm, während Santa unten, so, warte mal, gehen wir mit der Kamera noch ein Stück runter. So. Der kann dann hier in Ruhe seinen Feierabend genießen, während die Kinder oben auf dem Dachboden die Geschenke auspacken und damit rumspielen. Ja, ähm, was haltet ihr von diesem kleinen Set? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ähm, würde mich mal interessieren. Und, ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz nett, so, für die Vorweihnachtszeit. Und wie gesagt, einen Duplo-Weihnachtsmann kann man bestimmt immer gebrauchen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.